Herzlich willkommen zum Videotutorial Alplan Basiswissen. In diesem kurzen Film zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Fensterteilung einfach verwalten können. Sie kennen bestimmt das Animations- und Konstruktionsfenster, welches Sie bequem über das Menüfenster beeinflussen können oder über den entsprechenden Tassenkürzel. Die Option Fenster verbunden. Wenn Sie diese deaktivieren, können Sie bequem einzelne Fenster zum Beispiel auf einen zweiten Bildschirm schieben. Jetzt aktuell, wenn Sie im Homeoffice sind, haben Sie vielleicht nur ein Einbildschirmsystem wie ein Laptop und das bringt eigentlich hier die Option, dass man ein Fenster maximieren kann. Im Anschluss können Sie bequem über die Ctrl-Plus-Tab-Taste die Fenster hier und her schalten und haben auch so eine tolle Lösung.